Die Athleten müssen sich mit intensiven Sommertrainings auf den Winter vorbereiten. Du nicht! Du bist bestens vorbereitet für deinen Einsatz an den Winteruniversiaden 2021. Egal ob du mit Freunden zuhause einen gemütlichen Abend verbringst oder mit deinen Enkelkinden bastelst. Hilf mit beim Auf- und Abbau, bei den Zutrittskontrollen oder bei vielen verschiedenen weiteren spannenden Aufgaben. Melde dich jetzt als Volontier für den einzigartigen Multisport-Anlass an.